Der Obmann der jungen Volkspartei, Nationalratsabgeordnete, Sie werden ja in Zukunft auch in der Salzburger Landesregierung vertreten sein, beziehungsweise natürlich das Nationalratsmandat abgeben und hierfür Mobilität und Sport verantwortlich zeichnen. Wie ist Ihre Herangehensweise? Ja, ich probiere natürlich als jüngster Landesrat da vielleicht die eine oder andere neue Sichtweise einzubringen, einen hier und da anderen Zugang. Ich glaube, das braucht es vor allem bei dem schwierigen Thema der Mobilität. Für mich war es natürlich auch sehr überraschend. Ich bin am Donnerstag angerufen worden und habe mir auch nach einer kurzen Bedenkzeit, die ich mir erlaubt habe, mir zu nehmen, in Rücksprache mit meiner Familie, mit meiner Freundin, aber dann natürlich mit vollem Herzen dafür entschieden. Große Herausforderung, da brauchen wir nicht reden. Für mich ist eine große Chance. Ich freue mich sehr drauf. Worauf freuen Sie sich am meisten? Was hat Sie so gereizt, dass Sie ja gesagt haben? Es ist erstens ein großartiges Team da und die Ressorts, für die ich zuständig sein werde, die sind absolute Zukunftsthemen. Ich habe keine Angst vor großen Herausforderungen. Ich habe natürlich einen gewissen Respekt, keine Frage, aber ich freue mich in erster Linie. Es wird ja überall geschrieben. Sie waren in Wien, Sie haben dort ja Jus studiert. Wie sind Sie in die Politik gekommen? Also ehrlicherweise war die Person, die mich in die Politik gebracht hat, der Sebastian Kurz. Ich habe den vor über zehn Jahren kennengelernt in Wien bei einer Veranstaltung und der hat mich damals zur jungen ÖVP gebracht und dann hat eins zum anderen geführt. Sie sind ja seit gestern designiertes jüngstes Regierungsmitglied in Österreich, also der jüngste Landesrat Österreichs. In der Geschichte Salzburgs hat es auch noch nie einen Jüngeren gegeben. Welche Chance birgt dieser Generationenwechsel in sich? Vor allem bei dem Thema der Mobilität tut sich unheimlich viel. Man braucht sich nur die Digitalisierung anschauen, den technischen Fortschritt in dem Bereich, autonomes Fahren etc. Ich glaube, das schaut es oft nicht, wenn man vielleicht den einen oder anderen unterschiedlichen Zugang wählt. Aber natürlich ist die Erfahrung auch sehr wichtig. Wir haben super Experten in der Abteilung und ich bin mir sicher, dass wir auch mit den Betroffenen gemeinsam, dass wir da echt gute und gescheite Lösungen zustande bringen werden. Vielen Dank.